So Leute, willkommen zurück zu RAP. Keine Ahnung welche Folge, ahaha, ihr lustigen Clowns. So, ähm, was nehmen wir denn hier? Ich höre an Daddy. Oh, er wird sowas von feindlich sein, oh ja. Und falls er das... Ja, er ist feindlich, ja. Und es leckt. Halleluja, es leckt. Oh, Raubbombe. Egal ob es leckt oder nicht. I don't fucking... Ja, mit dem Headshot, natürlich mit dem Headshot. Natürlich mit dem Headshot Raubbombe, obwohl ich lecke. Cupid, Ananas, 49. Hardis, oh mein Gott, Hardis spielt mit. Und, ähm, das ist... Penis? Rauchbombe, äh, 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 Penis, Noah Sims und ist tot. Und der Magnificent Bust. Und da ist Rauchbombe, raping time! Yo, bitch! That's what you get! Er wollte ihn killen, habt ihr das gesehen? Nein! Oh, Headshot shit. Von Hardis. Nichts anderes habe ich vom... ...Hüter der Unterwelt erwartet. Ich möchte nicht auf den Stuhl... Ja, das war sogar richtig. Ja, das wollte ich. Immer los. Oh! Ja, gut. Aber ich komme da nicht... Wieso legt das denn schon wieder? Was geht denn da ab? Aua! Hi! Was, hi? Nichts, hi! Ingeblieben, bitte! Eine Chance! Gegen die wegende Nailgun! Oh, oh! Nein! Oh, ich bin in meine eigene Falle reingelaufen. Oder auch nicht. Hi, everybody! Next! Ne? Ja, next! Autsch! Wenn es sich nicht belegt, werde ich... ...werde ich neu suchen. Aber das wird nichts bringen, denn... ...Verbindung bleibt Verbindung. Er konnte der Sturmflut nicht standhalten. Und er ist auch ein Seebär. Meine Fresse, schon. Warum läuft da eigentlich niemand rein? Die sind... Außer mir selbst. Jetzt bin ich recht tot. In jedem Moment. Dann bin ich tot. Ja. Achso. Wenn ich jetzt sterbe, werde ich neu suchen. Okay. Dieser Augenblick reicht mir schon, um diese Kacke zu verlassen und zu hoffen, irgendwas anderes zu finden. Zum Beispiel Free for All. Oder womöglich auch Revierkampf. Das wird ja so oft gespielt. Heute zufällig wohl nicht. Oder das da. Das ist auch ein sehr, sehr gefragter Spielmodus. Ich schneide. Bis gleich. Okay. Es scheint gerade zu gehen. Ich hoffe mal, ich irre mich da nicht. Ach. Ja. Jetzt... Es ist echt wundervoll. Sobald ich wieder anfange, dann kackt es wieder ab. Genau mit diesen fetten Typen hier. Ja. Das konnte er nicht. Du hast vollkommen recht. Oh. Ja. Soviel dazu. Die Tür wird sich wohl demnächst dann auch nicht mehr öffnen. Nee, die... Heute... Heute nicht mehr. Nee, da ist das dicht für heute. Und der Daddy schwebt. Ein klares Anzeichen dafür, dass es hier nicht mit einer klaren Verbindung zugange ist. Scheiße. 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 Hat das was gebracht? Ja, die Tür ist auf. Haha, seht ihr? Ach, alles ist doch gut. Ey, das ist echt zum Kotzen langsam, oder? Ich meine, warum lief das immer? Und jetzt ist so ein Einbruch. Hm? Hm? Wieso? Erklär mir das, Tür. Erklär mir das. Erst verschließt du dich von mir. Und nun... schweigst du. Wie immer. Wie ich es von dir gewohnt bin. Du schubst mich sogar weg. Bis ans andere Ende des Raumes. Bähst du mich einfach weg. Nicht wahr, Cupid, ein Ananas. Du bist auch so eine miese Frau. Frau, das wollte ich sagen. Geht es jetzt etwa? Ein bisschen. Haha. Jetzt. What. You. Get. Wer ist bitte Daddy? Achso, Hades. Ja, ja, Hades, Hades. Er... Verbrennt Hades, das passt ja. Jetzt geht es schon wieder nicht. Wer arbeitet hier für eine Scheiße? Was? Gute Satzstellung. Das sind meine Sprüche. Die Seebären-Sprüche. Hab ich Patent drauf. Achso. Bis jetzt war er unsichtbar. Meine Fresse! Mann! Scheiße! Was soll ich denn noch tun? Leute, ich... Es tut mir leid. Schnitt. Ey, Leute, ich sag's euch. Ich krieg hier gleich irgendwelche Anfälle. Jetzt war das Internet für fast eine Stunde einfach mal komplett weg. Und ich frag mich ehrlich gesagt, warum ich da jetzt so hartnäckig war. Aber ich hab's jetzt letzten Endes doch zum Laufen gebracht. Fragt sich für wie lange und fragt sich in welchem Maße. Okay, wir spielen der obere Desist da. Ich hoffe, dass wir spielen. Mal schauen. Und zwar damit. Und wir müssen verteidigen. Alles klar, alles klar. Das hab ich im Griff. Ich hab dich im Griff! Du kleines mieses... Ey, nicht da. Nicht da hingucken. Ey, was machst du denn? Oh, meine Fresse. Long-Range-Pump! 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 Wie das? Wie das? Oh ja, ich hab ja das Ding hier noch. Assist! Das Volker Nazareth! Warte doch! Kein Grund... Wie, Assist? Wer hat den jetzt bitte gekillt? Nein. Hola! Rittne! Ich bin es! Ich bin es wahrhaftig. Ah! Da lade ich grad nach. Und dann... Abutsch! Ey, wo ist er? Hallo? Oh! Autsch! Ich brenne! Löscht mich, Leute! Löscht mich! Alter, was ist das denn für ein abnormales Feuer? Oh ja! Was it down! Ich kann nicht schreiben, weil ich die Buchstaben nicht sehe. Egal. Wo sind Tonnen weh? Ist nah genug dran. Ach, du Scheiße! Ja, du Fetti! Du... Blöder Fettsack! Du bist so fett! Oh mein Gott! Jetzt leckt es schon wieder. Das gibt es doch nicht. Ja, ganz recht, Daddy. Ich mach das. Oder auch nicht. Nein, das Geschütz macht das. Okay. Moment mal. Was it down ist der Daddy? Und hat das Geschütz? What? Oh! Oh! Tut mir leid. Wollte ich nicht. Wirklich. Ach ja. Idiot! That's what you get! Ha! Denkt ihr, er könnte mich austricksen? Ja, ich denke nicht. Das ist wieder der Pseudodonner. Jetzt gibst du einen ordentlichen Köder ab. Halt die Fresse. Oh mein Gott. Was it down hat einen Double Kim mit einem Verkaufsautomaten gemacht. Das sag ich nur. Heiliger Jesus! Was? Achso. Das war nur mein Arsch. Der ist einfach so fett. Der wird als eigene Person gewertet. Yeah. Achso. Was it down ist gar nicht der Daddy. Hä? Okay. Irgendwie war ich gerade drauf und dran zu glauben. Oder ich war in der Annahme, das was it down der Daddy ist. Aber das war er gar nicht. Fasziniert, oder? Ja, finde ich auch. Und dir passiert absolut gar nichts. Ach da. Eine Sekunde bitte. Hübsche. Aim. Das. Der hat keine Ahnung, wo ich herkomme. Oder die Schüsse wohl eher. Spell Whisper. Ghost Whisperler. Warte, ich komme dich holen. Oder auch nicht. Das scheint... Oh. Wirklich ein Geist zu sein. Ha! Ha! Oh. Last. Minute. Kill. Hui! Also wie die Schockernschüsse nicht ausgereicht haben, das ist schon... Das ist sehr fraglich. Okay. Äh, nochmal. Nein. Oder? Fresse. 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 Wie wäre es mit... Dem hier. Genau. So. Haha. Wassertown, du bist fett. Wann bist du nur so fett geworden? Fettsack. Ah! Komm, Seenot. Was ist ein Seenot? Ach, Senor. Okay. Beim dritten Versuch klappt es auf jeden Fall. Ich dachte, vielleicht Senator oder so. Hätte auch was. So. Null. Ups. Kunstfehler. Und. Ja, so kann man es auch machen. Äh, danke Wassertown, dass du... Wow, Wassertown. Rampage Mode. Gut. Und jetzt wurde er vom Daddy natürlich weggerottet. Okay, ich hack das mal. Lalalala. Was besseres kann ich eh nicht. Ach ja. Ähm, kann es vielleicht auch flüssig laufen, wenn ich auf Gegner schieße und nicht nur, wenn ich Verkaufsautomaten hacke. Das wäre grandios. Oh mein Gott. Na los. Ja, that's right. Oh oh. Soll ich mich darauf einlassen? Ich glaube nicht. Oh, der ist fast... Der ist tot. Ha ha. Oh wow, Wassertown. Wassertown. Och du Scheiße. Teaming incoming. Ne, doch nicht. Ha, Glück gehabt. Hier, die kommen jetzt hier lang. Ach ja, ich habe deine Ferse eingefroren. Was sagst du? Oh mein Gott. Schlechter geht's nicht. Na los. Autsch. Ha ha. Versuch's doch. Ach du Kacke. Nie im Leben. Nie im Leben. Es sei denn, ich nutze die Camper-Taktik. Jetzt komme ich. Hier komme ich. Oh, der ist schon weg. Unhöflich. So. Ah. Aus der Ferne. Yes, das war noch ein A-Shot hier. Und das war ein Geländer-Shot. Das habe ich ganz genau... Das gebe ich zu. Autsch. Nein. Oh. Du bist auch okay. Dich nehme ich. Das meine ich nicht im sexuellen Sinne. Nein, 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 nein. Ich höre... Sag doch, dass du hier bist. Ich wollte dich nicht... Oh, Winterblast-Konter-Bitch. Winterblast ist ein Konter... Jetzt, halt, verdammt noch mal. Es... Ich gehe. Scheiße, X. Kann ich nicht brauchen. Ach so. Aua. Ah, 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 ah. Ah, ah. Scheiße. Rabbids-Leon. Soll ich da irgendwas einfügen? Vielleicht? Fällt irgendwie scheiße oder so? Rabbids-Scheiße-Leon. Ich finde, das passt sehr gut. Gut gemacht, Wazzle-Town. Was ist denn heute mit dir los? Ich glaube, du hast einen gewissen Vorteil zu mir. Nämlich eine Internetverbindung. Muy bien. Ey, komm, ich habe Spanisch abgewählt. Was kannst du jetzt nicht bringen? Irgendwann bereue ich meine Entscheidung noch. Oha. Ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Oh, die Runden hier gehen ja schnell vorbei. Ich glaube, bei dem stimmt das sogar mit der Magritte. 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 Hey. Hey, ich war noch nicht fertig. Oh, wow. Ah. Alles sind gegen mich. Kein Wunder, sie sind auch das Gegner-Tipp. Aha. Long-Range Shot. Long-Range Shotgun. Long-Range. Long-Range Shotgun. Sehr effektiv. Kann ich euch nur empfehlen. I should go, United-Tuber. Komm schon, last minute, kid. Oh, so knapp. Ja, dafür dance ich ein bisschen. Dance, dance, dance. So. Nailgun-Time. 9 zu 3. Okay, okay. Verteidigen. Wer ist der, die? Genuss. Der Genuss. Genuss. Verzichtet auf überflüssige Buchstaben. Du brauchst er nicht. Aha. Hey, kommst du da gerade vorbei? Nailgun. 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 Pone Edge. Headshot Pone Edge. I am. No, fuck. Dummheitsfeder. Pua. Iiiihihihi. Idiot. Nein. Eben. Oh. Oh, Nailgun. Nailgun versus Nailgun. Oh mein Gott. Aim versus Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da gewonnen. Iiiihihi. Was? Jetzt schon? Wow. Oh. Oh. Ich hab genug davon. Oh mein Gott. Sie kann sich einfach drum herumschleichen. Sie muss ein Profi sein, möchte ich gerade sagen. Wow. Den klau ich dir. Den klau ich dir. Den klau ich dir. Den klau ich dir. Perfekt. Red Pony. Hier geblieben. Wow. Wow. Ich hab dich nicht damit gemeint. Deine Leiche hab ich damit gemeint. Du. 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 Dummer. Du. Du. Aber die Nailgun und der Arbeiter passen gut zusammen. Respekt dafür. Ist bestimmt Absicht. So. Jetzt komm her. Ne. Doch nicht. Was geht denn hier ab? Ja. Da bleibt wohl nicht mehr viel übrig. Was machst du? Hier. Ich bin dein Gegner. Epa. Mir ist kalt. Gut. Danke. Was hab ich hier eigentlich als... Ach ja. MG. Könnte ich auch mal benutzen. Aber ein Nailgun ist einfach so charismatisch. Hört auf das zu hacken. Nein. Nein. Ja. 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 Ganz recht. Meine liebe Freunde. So. Jetzt hack ich den mal. Ja. So spielen wir jetzt also. Haha. So. Was macht die Falle da? Welcher Idiot hat die da platziert? Da ist doch viel besser. Und... Red Pony. See. Ich dachte schon, der sieht mich nicht. Autsch. Oh, Netsch. Oh, Netsch. Und ich hab nicht mal einen Forscherexperte. Los. Da läuft doch bestimmt grad einer durch. Ich halt mal die Stellung hier. Ja, ja. Das ist taktisch... Oh. Ach, Red Pony. Oh. Netter Versuch. Dein Sprint war vorbei, als du ihn angesetzt hast. Armselige Kreatur. So. Jetzt pass auf. Zack. Wer braucht schon... Ja, verdammt. Jetzt, wo ich weg bin. Ja, jetzt, wo ich weg bin. Keine Angst. Dann bin ich wieder. Hi. Oh. Mach das. Dann schlage ich dich gleich. Ich wusste es. Die Negan hat einfach eine Power, die ist unglaublich. Ähm. Ne, Houdini werde ich benutzen, wenn wir angreifen. Selide Sister Protect. Ach, was du nicht sagst. Zell Arguante hat diesen Spielmodus tatsächlich verstanden. Hey, Wasser Town. Ich mach das. So. Und schon kommt niemand mehr hier rein. Diese Tür ist dicht. Niemand kann da durch. Niemand. Wie bitte? Ernsthaft? Von mir kommst du nicht vorbei. Oder an Wasser Town. Der dich einfach puncht. Los, kommt schon. Ich warte auf euch. Sehr geduldig. Ich tue alles für Kills. Verkaufe mich für Kills. Ja. Ja. Ganz recht. Oh, oh. Ja, genau. Schaut zu dritt auf die Tür und lasst mich hier alleine. Aber ist schon in Ordnung, denn ich hab das ja einfach drauf. Yeah. Assist das beschützt. Cool. Ja, ja. 19,5. Ja, ist akzeptabel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, wie der Assist. Was in town. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und der hat mehr Assist als Kids. Und wir haben Level 36. Hey. 36 Grad. Und es geht noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Yeah. Großwildjäger. Okay. Entschuldigung übrigens. So, das würde ich sagen, äh, das, äh, ja, was machen wir denn damit? Ich würde sagen, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir das, hm, Nelgan zerstört. Der ist ziemlich hart. Also würde das hier gar nicht so schlecht reinpassen. Aber ich will auch nichts davon wirklich... Ach, schnelle Füße kommen. Ich verzichte mal drauf. Sonst habe ich das immer dabei. So. Großwildjäger. Dann machen wir hier Zerstörung. So. Die finde ich auch nicht so... Knorke eigentlich. Obwohl. Ja. What soll it? What soll it? Ja, die kann von mir erst auch bleiben. Das ist die neue Skiller-Klasse, weil ich mit der Ambust auch ziehen muss. Aber sie ist nicht so skillig wie die andere. Dann gebe ich zu. Und, hattest du Lags? Äh, anfangs? Ja. Was ist denn hier? Ach ja. Schauen wir doch mal. Nicht ohne Kampf. Erledige zwei Splice hintereinander, während deine Gesundheit... Oh mein Gott. Bei weniger als 25% steht. Ja, kein Problem. Bei mir ging's. Und ich bin... Natürlich sind wir zu zweit, Genuss. Natürlich. Zu zweit gegen vier. Das ist eine faire Aufteilung. Wie teilt man sechs Leute auf? Richtig. Die zwei gegen vier. So muss ich jetzt angreifen, oder? 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 Ach, jetzt nehmen wir plötzlich drei und die sind zwei. Ach, jetzt ist Wasserton da hinten. Aha. Hallo. Und wir müssen verteidigen. Dann würde ich sagen, werden wir erst mal diese Kackfässer los. Oder der Host wird einfach uns los. Tja, okay. Das passt eigentlich gar nicht so schlecht, weil der Part voll ist. Tja, Leute. Dann, ähm... Im nächsten Part habe ich dann hoffentlich wieder ein Match gefunden. Also... Wir sehen uns dann. Ciao.